Guten Morgen, Leon. Sie sind das nur Doktor. Wie geht es dir heute? Gut, gut. Was ist das hinter deinem Ohr? Eine Zigarette. Wofür ist sie? Die ist nicht für mich. Und für wen ist sie? Sie ist für mich! Hast du ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Gut. Doktor. Bevor ich mein Schauspielstudium in England angefangen habe, habe ich beschlossen, noch ein bisschen die Welt zu sehen und zu arbeiten, Geld zu verdienen für das Studium und habe mich entschieden, Flugbegleiterin zu sein für eine große deutsche Airline. Und das Training geht nur neun Wochen und drei davon sind für die Sicherheit, das Emergency Training. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Über werden die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter. Und es hat echt Spaß gemacht. Natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass das ja vielleicht auch mal angewandt werden muss beim Fliegen. Das möchte man nämlich nicht. Ich habe auch die ganzen Flugerfahrungen immer in Träume verpackt und bin im Traum, glaube ich, 50 Mal abgestürzt. Aber immer das Flugzeug evakuiert. Immer, immer sicher die Leute ausgebracht. Und einmal da wurde uns dann gesagt, dass ein Triebwerk abgeschaltet werden muss, was bei vier Triebwerken nämlich so dramatisch ist. Aber... Musik 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 Bis zum nächsten Mal.